ja auf jeden fall doch gott schon wieder keine liebungen ja das sind doch schon mal zwei schöne pre-picks ja heute wieder in der winning schublade wie man schon schlussfolgert aus dem ersten pick sollte ich etwa noch magsul nehmen wäre glaube ich nicht schlecht ja vermute ich auch da können wir eigentlich schugel machen eigentlich schon also im moment spricht nicht viel dagegen ich meine gut srall hat giantkiller aber der muss auch erst mal rankommen das war genau das set-up die videos ane doch nicht der zool war noch nicht da ne weißt du noch die ja die hatten ja moralis liming schugel und was war das dritte was passiert nicht mehr später ich kämpfe besser der kreuzzug hoch rega joana das meinst ja vielleicht machen diablo wir können auch ja mach mal ein diablo mach mal ein diablo soll ich ein rainer machen oder ein muradin kann jederzeit losgehen ich habe kurz überlegt den komplett aushebeln mit der angriffsgeschwindigkeit er stackt das eigentlich mit dem vom gsul ja ne müsste doch ja auf jeden fall denke schon das weiß man ja nicht so genau kann man ja nicht testen und nix was wahrscheinlich außer den blizzard entwicklern keiner ob das wirklich funktioniert ja das kann man doch einfach testen in so einem custom spiel wer willst du das testen willst du denn die angriffsgeschwindigkeit ist zwar testen ähm das geht das kriegen wir hin entweder von der optik und ich bin mir auch nicht sicher ob man das äh nicht sogar in den stats sieht wenn man c drückt weißt du dann müsste man doch eigentlich auch sehen minus 50 prozent oder sowas oder dass dann da nur noch die hälfte steht oder so weißt du was ich mein hab ich noch nie gemacht keine ahnung zeige ich dir gleich aber habe ich auch noch nie gemacht also ich weiß nicht ob das da angezeigt wird sagen wir es mal so aber müsste doch sonst würde das ja gar keinen sinn machen die tabelle offen zu haben die haben fast nur mili ne die haben keinen range jup voll geil eigentlich für uns du bist es gut für dich ist schlecht du wirst von grau männer wahrscheinlich hart auf die neee ne ne oder der morales wenn ich ein sundering abkriege ja dann werde ich vermutlich der erste sein der platzt vielleicht konzentrieren die sich auch auf morales ja kennst das ja fokus morales und so so drück mal c die taste so und dann siehst du ja da lebenspunkte und regeneration pro sekunde mana und unten auch angriffsreichweite angriffs schaden und so warte da sieht man doch auch normalerweise angriffsgeschwindigkeit oder angriff pro sekunde ja vielleicht sieht man das da auf dem minimap ich bin nein ich glaube der meint mich weil ich mit liming zusammen top bin ja diablo hat er aufgeschrieben vielleicht wollte er sagen geh zum diablo ey liming solo werden ist ja nicht so toll das muss das muss Äh, ohaaaah! Mann 두� Gott! Ohhhhhhh, fuck, 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 fuck! Ahhhh, fuck, 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 fuck! Ohaah, da hab ich ich grad gedacht. Ich werd abgewollt, ey, von S дела. Hört sich gut an. Ich komm, ich komm. Alter, wo rennt der denn hin? Nicht schase, mach die Dinger. Er sagt das nicht mir, er sagt das dem Gesul. Dinger machen, Dinger machen, Guys, Guys, lasst euch da alle abholen. Das war so dumm, ey. Okay. Unser Gegner hat einen Arkan-Bestrafer herbeigerufen. Das ist ja nicht. Ich hab auch noch im Arkan geschlafen, ey. Jo, ey. Kann ich nicht mehr ranlaufen, ey. NXP. Wie war das noch? Let's am aggro oder was? Wer hat das geschrieben? Ding glaube ich. Da sehe ich nichts von. Kack. Leg' dieses Saugnerlager ein. Wieõig. Gut gekämpft! Kack! Wir kommen da jetzt weg, quick, quick. Oh, Leute. Jupp. Oh, die kommen immer weg. Ich finde es einfach krass, wie die immer wegkommt. Ja, okay, lassen wir die schon mal 40 Dinger sammeln. Ja, die Sula hat Lens gemacht, ne? Ja, jetzt. Ey, der ist so schlecht. Weil es hat keine Mana mehr. Ja, der stirbt jetzt natürlich nicht, weil die das disabled. Das ist so schlecht. Der Xole ist echt ein Problem hier. Ja Sekunde, ich bin jetzt wieder durch. Oh mein Habcamp. Oh. Oh. Alter, wieso steht die Morale das ganz vorne, Junge? Ja, Orega strikes again, würd ich sagen, ne? Silvanas wär tot gewesen. Schlecht gespielt. Am Anfang schon viel zu oft reingefiedelt. Zu den Waffen. Der Gegner hat eine Mörser bestraft. Der Gegner hat eine Mörser bestraft. Krass. Kann die Li Ming mal mit irgendwas treffen, bitte? Krass. 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 Wir hätten uns fast schon wieder abgeholt hier Was wieder wegkommt, Junge Wie, wie kann er so schnell laufen, Alter? Kann er skillen Boah Schnell, Hardcamp Ha, uns hält nichts mehr auf Das könnte gut werden Der Spiel ist befreit Bezug die Schreinbäcker und schick dir Verstrafe gegen unsere Feinde aus Alter! Daaa! Junge, Junge, Junge Ein schwieriges Unterfangen, aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben Da traf ich nicht, wer ist denn da am Anfang gestorben? Zul und Morales Tchoa, Alter Krass, keine Ahnung, ich weiß nicht woran es liegt Die platzen alle übelst Ihr habt noch auf einen Thrall geschossen, der ist ja auch gestorben Ich weiß nicht, wir müssen ja Teamfighten versuchen Während wir gelasert werden, weiß ich nicht Komm zurück, komm zurück Ah, fuck Ah, die haben ein deutlich besseres Team irgendwie Hätte ich nicht gedacht Ich meine schlecht gespielt hin oder her, aber Ich schätze, sowas kommt vor Jederzeit Ja, labern irgendwas von 20 und keiner soakt, oder was? Warum steht ihr da alle auf einem Fleck? Ja, labern irgendwas von 20 und keiner soakt, oder was? Ja, klar Ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist wenn ich hier Übelst weit zu der Creepwave hinlaufe Ja, und ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist, wenn ich hier Übelst weit zu der Creepwave hinlaufe Das könnte gut sein. Slow. Zurück, komm zurück. Oh, oh. Dreckiger... Das ist zu krass, Junge. Das ist einfach zu krass. Ein reger Heal, Junge. Oh, Mann. Der Feind greift unsere Zitadelle an. Unser Riedersacher hat einen Börserbestrafer herbeigerufen. Unser Riedersacher hat einen Börserier. Okay, gut. Krass. Also ich konnte nicht viel machen. Da ging nicht viel. Leider. Ich meine, hier und da schlecht gespielt mag sein, aber die haben uns richtig krass vorgeführt. Und unsere Liming hat auf Orb geskillt auf der Karte, ist auch richtig geil. Und wir sind alle tausendmal gestorben, ich weiß nicht, irgendwie mit dem Rega-Heal, der, weiß ich nicht, du fokust einen und der ist halt instant wieder oben und in der Zeit stirbt das ganze Team. Oder was sagst du? Recht gespielt. So einfach wäre dann, würde ich hier erstmal Rega picken und wir gewinnen. Ja, klar. Recht gespielt. Im Early Game. Wir hatten, das war Tare 16 gegen 13. Weil wir am Early Game so oft reingefedelt haben. Ja, klar. Okay. Nee. 軒. Beim